So sind wir zwirbeln. Einmal ganz normal auf den Boden. Mit der Hand kann man ihn ein bisschen fixieren, bis er nicht rausfällt. Die Hand oben lassen. Man kann natürlich auch ohne Hand machen. Einfach hier. Oder zum Beispiel drum gehen. Um die Hand oben rum. Und wieder aufwägen. Dann kann man den um die Hand oben zwirbeln. Das heißt, von hier rein, bis es nicht mehr geht, die Hand aufmachen und rausdrehen. Nochmal bitte. Also da. Und drücken, bis es nicht mehr geht, auf. Und das geht schneller. So mal. Zack. Durch nach innen. Es geht auch nach außen. Wieder nach außen, bis es nicht mehr geht. Und einmal umreifen. Also hier. Das kann man auch von einer Hand in die andere machen. Über den Boden. Dann kann man es aus der Bewegung raus machen. Zwirbeln und raus. Vorn. Zwirbeln. Und bis es nicht mehr geht, einen Kreis machen. Vorn. Also zwirbeln und raus. Da gibt es noch zwirbeln. Auf der Hand. Also du musst wirklich auf der Hand fliegen wie den Finger gespannt. Und hier musst du dich drehen. Ein bisschen die Knie geben. Und fangen. Dann gibt es noch ein Zwirbeln. Auch in der Hand weiter oben. Hier auch wieder um die Hand. Wenn es nicht mehr geht. Fangen. Wenn es nicht mehr geht. greyhounds. Gehen. Ich habe einfach mal. Untertitelung des ZDF, 2020